Es gibt ein Thema. Wo kommt das denn her? Haben wir aber nicht zugelassen, so. So, weil uns diese Typen letztes Mal so fertig gemacht haben, schlage ich vor, wir töten sie mit dieser Munition. Da dürfte gleich einer kommen. Oder auch nicht. Ah ja, beim Betreten des Raums. Sie haben ja Geduld. Das war ein kurzer Auftritt, wirklich. So, äh... Genau, Seil. Hallo, Seil. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Nicht. Thema, wie stehst du zu Cannabis? Ach so, also hier ist kein Secret. In diesem Raum. Okay. Das ist gut zu wissen, tatsächlich. Sonst hätte ich... Sonst hätte ich wieder irgendwas Wahnsinniges gemacht, um dranzukommen. Ähm... Der Bademeister-Sniper. Habe ich gerade auf die Vasen geschossen und dann ist hinter mir Schrotflinten-Munition aufgetaucht? Oder habe ich mir das eingebildet? Wie dem auch sei, wir haben den Dreizack. Ich muss mal gucken, was das ist. Es ist... Dreizack. Okay. Darauf wäre ich gekommen. Äh... Kreativster Name ever. Aber seien wir ehrlich, hätte das Ding einen kreativeren Namen gehabt, dann hätte ich mich nur drüber lustig gemacht. Das wussten die Entwickler natürlich. Und deshalb haben sie es Dreizack genannt. Pistolenschüsse? Äh, nein. Das hier ist... Das sind die Ozzis. Sieht man am Modell. Ich habe Angst davor, wenn jemand Pistolenschüsse in den Chat schreibt, denke ich halt erst mal... Scheiße! Aua. Nicht so gut. Okay, also wenn das hier wirklich nicht der Raum mit dem Secret ist. Ich schaue mich trotzdem kurz um. Nope, hier ist nix. Gut, nächster Raum. Äh, der nicht da reingeht, soweit ich das sehe. Sondern dort. Es gibt keinen nächsten Raum, oder? Die... Wie kann das denn sein? Sie haben ja nicht... Diesen riesigen Bereich hier unten designt. Nur damit man dort nichts findet. Designt. Damit meine ich... Vierecke. Mit der Hilfe von Schokobescher. Äh, nebeneinander gestellt. Vierecke? Äh, Quadder. Okay, hier gibt's nix. Sagt auch Petrushka. Dem Petrushka glaube ich das. Also wieder hoch. Lol. Hashtag berechenbar. Wer hat mich berechnet? Wer hat mich berechnet? Wieso denke ich direkt, dass ich berechenbar bin? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch die berechenbare Tatsache. Hm. Mr. Phil Mercury findet das wahrscheinlich genauso. Und verfolgt mich aus Wut vor meiner Berechenbarkeit. Da komm ich her. Da muss ich hin. Wir klären hier richtig philosophische Fragen. Ja, das ist total komisch. Dieser Raum ist eigentlich relativ simpel. Aber total verwirrend, weil es so viele Orte gibt, wo dann... Was soll ich dir zahlen, damit du wieder verschwindest? Yay! Markolein! Äh, dieser Ort ist total komisch, weil es voll viele Orte gibt, wo man denkt, da wäre was, aber dann ist da nichts. Also ja, das ist so die Definition von komisch ungefähr. Oh ja. Nein! Darf sie nicht. Wirst mich jetzt nicht kaputt hacken, okay? Nicht hacken, bitte! Oh. Möchte nur kurz die Fahrkartenkontrolle. Oh, sie haben keine. Bam! Yolo Kekskind. Findet das witzig. Und seinen Namen auch. Woher kam eigentlich das Geräusch? Also es kam gerade der Metal Gear Solid. Ich wurde erkannt. Das ist bisher nicht, äh, passiert. Ja, äh, es gab aber auch vorher schon Relations, da war er nicht. Hm. Naja, wie der Masei. Wie viel Geld muss ich dir zahlen, damit du wieder verschwindest? Warte mal, das hier war aber kein Secret jetzt. Nee, war kein Secret. Ich hätte ja auch den Secret Sound gehört. Ich wollte Kunerz. Zeit für einen soliden Beat. Wieso muss ich mir englische Gentlemen vorstellen, die das sagen und dabei eine Tasse Tee trinken? Tasse Tee trinken wiederum ist ein gutes Stichwort. Das hätte ins Auge gehen können. Trinkt niemals Tee, während ihr an so einer Stange hängt. Denn es ist sonst ja nur Tee von der Stange. Das war nicht witzig. Warum ist der Typ hier? Ich hab keine Lust auf ihn. Ich werde ihn einfach runterschießen. Lol. Also ich versteh's nicht. Wir haben zwei... Ah, das hat sich geändert. Klar, wir haben jetzt diese zwei Dreizacks. Ähm. Ähm. Ich nehm besser die Armbrust, weil wir können gleich speichern. Ich möchte nicht sterben, bevor wir es können. Römisches Gold, kein anderes Metall hat diesen süßen Glanz. Römisches Gold. Kein anderes Metall hat diesen süßen Glanz. Ja, MGS Sound. Ist, äh, cool. Definitiv. Wir haben zwei... Wir haben zwei... Ach, ach, nee. Es gab auch noch die Passage mit den Seilen. Stimmt. Es könnte halt sein, dass wir mit den... Was mach ich hier eigentlich? Ich darf nicht aus dem Level rennen. Einfach so. Ich darf es schlichtweg nicht. In den Kommentaren wird wieder philosophiert über YouTube Gaming. Äh. Ich, äh, hab an YouTube Gaming bisher, bisher keine, äh, kein Interesse, weil es im Prinzip dasselbe ist wie bei Hitbox. Es ist halt nicht die Standardplattform. Und wenn etwas nicht die Standardplattform ist, heißt das meistens, dass dort schlichtweg niemand ist. Und dass du die Hälfte der Zeit damit verbringen kannst, Leuten zu erklären, warum du nicht auf der Standardplattform bist. Das war bei Hitbox genauso. Jeder zweite so, warum bist du auf Hitbox? Und das wäre bei YouTube Gaming genauso. Ich meine, ich lade meine Videos ja auch nicht auf, keine Ahnung, MyVideo hoch oder Daily Motion oder Vimeo oder was es alles gibt. Wittler gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ist auch ganz gut so. Ähm. Schlichtweg, weil es halt, weil dort halt nicht die Leute sind, für die man ja letzten Endes streamt. Äh, ich streame ja nicht, damit meinen Stream auf den Olympischen... ...Geschleudert wird. Hitbox, weil 60 FPS kann Twitch kein 60 FPS. Das wusste ich nicht. Aber wenn es das nicht kann, wird es aufgrund meiner Hardware sowieso nie ein Problem sein. Weil ich wüsste halt auch nicht, ob ich in 60 FPS streamen könnte. Knitting Fiona verfolgt mich. Ich habe Angst. Okay, das mit der Leiter habe ich wohl geschafft. Äh, Wittler schreibt mal mit Doppel D. V-I-Doppel-D-L-E-R. Äh, da hatte ich damals mal meine alten Videos... ...äh, hochgeladen. Und zwar die, die auf... ...Vim Hero gesperrt wurden. Nein, das nicht. Die, die auf... ...äh... ...YouTube gesperrt wurden, wegen... ...wegen Copyright, wegen Songs. Hatte ich dort hochgeladen, so als Archiv, damit man die... ...die nachgucken kann. Und... ...naja, dann... ...wurde mein Account auf Wittler gesperrt, weil ich den angeblich für kommerzielle Zwecke benutzt hätte. Das war Anfang 2011, noch lange bevor ich überhaupt YouTube-Partner war, soll ich diesen Wittler-Account mit alten 420p-Videos oder so... ...äh, für kommerzielle Zwecke benutzt haben, obwohl das nicht erlaubt sei. Wäre mir wie gesagt neu. Ich habe gerade sehr viel Leben verschwendet. Aber das musste mal raus. Wittler war irgendwie kacke. Das ist dann auch der Grund, warum ich diese Videos verloren hatte. Äh, so. Hallo, freut mich sehr, dich kennenzulernen. Wir können es leider nicht mehr riskieren, weiteres... ...äh, Leben zu verlieren. Ich glaube, man kann hier gleich das Level verlassen und kann nochmal zurück. Und das würde ich dann wahrscheinlich auch tun. Über den Rückweg zurückgehen fand ich halt ein bisschen albern, Abuse-mäßig, aber das hier ist halt ein neuer Ausgang. Das geht, denke ich, in Ordnung. Äh... Wo ist das Skelett? Hallo, Skelett. Jan, kann ich mich noch genau erinnern, weil ich in Martas LP an dieser Stelle mit ihr kommentiert habe. Ja, genau. Daran erinnere ich mich. Aber ich habe keine Ahnung, warum... Also, ich habe keine Ahnung, wie wir dann weitergekommen waren. Ich habe hier die ganze Zeit nur auf dir rumgehackt. Das war sehr anstrengend. Hat meine gesamte Konzentration... ...äh, benötigt. Ähm... Wir suchen auf jeden Fall sowas wie eine Leiter, um weiter hochzukommen. Da müssten wir hin, um raus zu gelangen. Da hinten liegt was. Könnte aber auch sein, dass das nur diese Munition ist. Äh, dieses Medi... Ich lasse es liegen. Äh... Ich weiß halt nicht, ob ich weit genug... Ach, ich probiere es. Aber wenn... Wenn ich es nicht kann, dann müssen wir wieder den Bademeister sehen und so. Warte mal. Das sind... Eins, zwei... Drei Kacheln. Wie weit kann ich springen? Das waren jetzt drei, richtig? Ja, ich bin richtig Fame. Komm schon. Oh, danke. Okay, und das heißt, wir gelangen auch zu der anderen Stelle. Ich dachte eigentlich, hier war ein Durchgang. Ist es aber nicht. Müssen diesen Spruch... Äh, diesen Sprung also nochmal überleben. Aber damit habe ich kein Problem. Drei Kacheln mit Anlauf und Festhalten. Das hatte ich halt in Erinnerung. Deshalb habe ich die Kacheln gezählt. Weil ich mir nicht sicher war, wie weit es ist. Ja, die gebrochenen Knochen sieht man hier gern. Oh. Ja, super. Wir hätten auch von da unten kommen können. Naja, ich glaube, oben können wir das Level verlassen. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir täuscht. Wir verlassen es kurz, speichern und kehren wieder zurück. Oder habe ich mich getäuscht? Geirrt? Wart es gar ein Irrtum? Hier gibt es halt auch noch ein Haupt-Item, das wir sammeln müssten. Ich glaube, ein dritter Dreizack. Es war ein... Ja, da ist er. Hallo, dritter Dreizack. Gegenüber ist der vierte oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Und unten sind wahrscheinlich die ganzen Secrets dann. Die ganzen Secrets. Ein Secret, da kann ich mich noch erinnern, das hatte irgendwas mit dem Aufzug. War das? Keine Lust. Keine Lust, jetzt zu sterben. Yay, wir können uns schwingen. Ähm, so. Aua. Das sah... Das sah gemein aus. Das sah knapp aus, vor allem. Ich kann das Level nicht verlassen, solange ich nicht alle Secrets habe. Ähm, doch kann ich im Prinzip. Ich kann halt nur nicht ein Level verlassen, zu dem ich nicht mehr zurückkehren kann. Aber solange ich halt, äh, in der Lage bin, alle Secrets nochmal zu holen, kann ich das Level auch verlassen und dann zurückgehen. In, äh, manchen Leveln ist es ja auch gar nicht möglich. Äh, das heißt, ich hätte für bestimmte Level irgendwelche Ausnahmeregeln machen müssen. Und da ich darauf keine Lust hatte, habe ich diesen Fall halt gar nicht bedacht. Da ist der vierte! Und da kommt ein Geist oder so, oder? Ich hab keinen Bock auf einen Geist. Bitte keinen Geist. Keinen Geist. Yay, äh, raus hier, äh, tschüss. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle vier Dreizacken, aber wir müssen halt nochmal zurück. Weil da noch Secrets lauern. Das fängt hier an. Du musst mit Visier alle Knochen... Okay. Okay. Ich vertraue mal Petruschka. Wenn ich mich da fallen lasse, bin ich tot. Alle Knochen. Und ja, ich wechsle die Musik. Keine Angst. Äh, die... Die Munition. Wie soll man darauf kommen, dass man mit dem Visier alle... Ups. Alle Knochen zerschießen muss. Also echt, wie, 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 wie sind Leute das erste Mal, bevor es Walkthroughs und sowas gab, darauf gekommen? Vielleicht waren sie einfach so wütend, dass sie alles zerschossen haben, was ging. Das kann ich mir vorstellen. Schönen Abend, Jeff. Und danke für deinen, äh, gottgleichen Besuch oder so. Danke, dass du dein gottgleiches Haupt auf diesen erbärmlichen Stream... Nein, eigentlich nicht. Äh, wir schießen Knochen kaputt. Hat sich jetzt was getan? Waren wahrscheinlich mehr. Vergiss die... Bodenplatte in dem Raum noch. Die hab ich schon vergessen. Aber ich denke, ich soll sie nicht vergessen, wahrscheinlich. Ach man. Was für ne Bodenplatte. Also nicht runter, sondern ganz hinten noch. Ach ja, Delay. Ganz vergessen. Hab ich ja so geschafft. So, dann schauen wir uns mal... Schauen wir mal... ...wo lang geht. Hat sich jetzt was geändert hier? Nicht so wirklich. Doch. Da. Das war vorher, glaub ich, nicht da. Danke dafür. Ja. Ja, genau. Ich muss noch einmal ganz nach unten wegen dem Fahrstuhl-Secret. Ach Gott. Eigentlich war es ja mein Plan... ...bevor die Pedanten kamen... ...dieses Level einfach erstmal zu verlassen und wieder zurückzukommen. Nur, na gut. Ich weiß nicht. Soll ich mich auf sowas einlassen? Die Zwischensequenz war das dritte Secret. Ist dann wohl auch... ...irgendwo hier. Was? Wie kommt der da hin? Wo kam der her? Ich hab Angst. Ausrüsten. Ich darf gleich echt nicht vergessen, dass da oben ein Knochen-Typ ist. So. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo das dritte Secret ist. Also ich glaube, es selbst zu finden. Genau. Ja, das war demnach das dritte und dann gibt's halt das vierte mit dem Fahrstuhl. Das wär halt, äh, mega gefährlich jetzt. Wenn ich dafür nochmal komplett runter müsste. Hm. Ich weiß doch jetzt schon, dass mein Mut bestraft wird. Ich weiß es doch jetzt schon. Ich werde gleich weinend hier liegen und ihr werdet sagen... Tim, Marco, hättest du mal gespeichert? Ich werde sagen, aber ihr meintet doch und die... Nein, 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 der coolste ist Tales Gaming. Ja, das find ich auch. Ich bin grad der coolste hier. Alle, die sagen, ich darf nicht speichern, sind doof. Äh. Ja, wenn ich jetzt sterbe, fliegt wirklich der Kuli gegen die Wand. Aber ich hab keinen Kuli. Ich werde einen CD-Marker gegen die Wand werfen. Wer ihn fängt, darf ihn behalten. Aber bevor wir das riskieren, der Stream läuft, äh, drei Stunden, zehn Minuten. Ich glaube, ich mach besser vorher eine Pause, als ich mich gut konzentrieren kann. Wir sehen uns also wieder in fünf bis zehn Minuten. Wir sehen uns also wieder in fünf bis zehn Minuten. Aazioni der Mehrario falling lieb- Ja, wir sehen uns dann. Untertitelung des ZDF, 2020